Bounty Hunting is a complicated profession Oder ist noch mal eine andere Tonlage Bounty Hunting is a complicated profession Das, meine guten Freunde das war Werner Herzog in The Mandalorian Benjamin hat checkt Ja, damit beginnen wir unsere neueste Episode von Watchers Off The Screen mit einer Woche Pause dazwischen Da begrüßen wir euch zu der ganzen Sache jetzt hier erstmal wieder Ja, grüßt euch Leute Wir hatten letzte Woche so eine Woche der Verschiebung Es hat sich immer wieder verschoben und wir sind irgendwie nicht dazu gekommen die Folge aufzunehmen Dafür sind wir jetzt für euch da Ja, genau Aber ihr habt ja letzte Woche auch Freitag was bekommen Und ja Ich hoffe, das hat euch allen sehr gut gefallen Wenn ihr es noch nicht geschaut habt dann geht mal auf unseren Kanal und klickt das Video davor an wo ganz groß The Walking Dead draufsteht Das geht nur drei Minuten und ist ziemlich, ziemlich cool muss ich mich selber loben Ich habe das geschnitten Das ist ein Schnittprojekt Ein, wie ich es ja auf dem Kanal immer nenne Ein The Walking Dead Cut Ich habe mit dem Video übrigens auch schon ein bisschen Propaganda für unseren Kanal so betrieben Weil, ja damit könnte ich ein paar Leute sehr gut erreichen Das ist schön Das ist wirklich schön Das ist auch das Video Ich habe auch sehr viel positives Feedback zu bekommen zu dem Video Auch geschrieben bekommen Ja, bin ich ein bisschen stolz auf mich um mich nochmal zu wiederholen Ja Schaut es euch an Ist cool Und währenddessen könnt ihr dann auch einfach mal abonnieren bei uns Mal liken Die Glocke natürlich drücken Die Glocke muss an sein Damit ihr hier nichts verpasst Und ja, dann auch mal fleißig in die Kommentare schreiben Um Konversationen zwischen uns zu haben Ein Austausch Weil, wenn ihr Fragen in die Kommentare schreibt Können wir hier drauf eingehen Und Ja, das wäre einfach cool, ne, Benjamin? Ja, finden wir auf jeden Fall cool Bisschen Bisschen Interaktion ist immer cool Und dann kann man auch ins Gespräch kommen Über Themen, die wir mögen Und ihr mögt Genau Die wir alle Gemeinsam Mögen Und was ich Sehr mag Ist, dass Benjamin Mein Friseur war Wie ich sehe Ja, ich war beim Friseur Ich war gestern beim Friseur Ähm Naja Ja Ich hasse es Ich hasse es wirklich zum Friseur zu gehen Ich mag eigentlich mehr Wenn meine Haare ein bisschen länger sind Ein bisschen wuscheliger Aber jetzt Jetzt Sehen meine Haare wirklich nach einer Frisur aus Und ich weiß nicht Inwiefern ich das Moralisch vertreten kann Ich habe auch nachgedacht Ob ich vielleicht ins andere Extrem gehen soll Äh Aber mit so einem Boxerschnitt Aber da dachte ich mir so Ne, dann werde ich wahrscheinlich mit anderen Sachen verwechselt Bei uns an der Schule ist das nämlich gerade ein übelster Trend Ah ja Da hat niemand mehr Haare Ah ja Was denn für ein Trend Was denn für ein Trend Naja, so ein Sachsen-Trend Würde ich jetzt mal sagen Also so ein Bastard-Trend Wie ich es gerne nenne Genau Ja Genau so sieht es nämlich aus Ja Bei mir an der Schule ist es komplett anders Versteht sich von selbst Wenn du weißt Du weißt ja wo meine Schule ist Das versteht sich davon selbst Und zwar in Dresden Neustadt Ähm Ja Leute Ich persönlich habe heute nicht viel mitgebracht Aber ihr seht schon am Thumbnail Was ich mitgebracht habe Aber Benjamin dagegen Hat ja schon seit Drei Wochen sind es jetzt Seine Projekte angepriesen Die er Die er Uns vorstellen möchte Aber kamen die dazu Genau Deswegen habe ich Habe ich wirklich sieben Filme gesammelt Also das ist Sieben Sieben Die sieben Die magische Zahl Die magische Zahl Was Äh Aber davor kommt Bevor wir zu den wöchentlichen Filmen Serien Videospielen Büchern Und hast du nicht gesehen gehen Äh Machen wir den Mindfuck der Woche Und der Mindfuck der Woche Äh Der kommt jetzt Ja Angst nährt sich in euren Leiben Sie kommt nur raus In den Mindfuck der Woche Hast du denn was krasses Hast du irgendwas krasses erlebt Also ich muss wirklich Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht Vor der Aufnahme Und ich muss sagen Ja Ja Doch Also ich würde es nicht direkt als Mindfuck sehen Ich würde es eher als Analyse sehen Ähm Von etwas Oder als 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 Fakt Ja Okay Ungefähr Also ich Heute Sonntag Wir nehmen ja mal Sonntag auf Für die Stammhörer Äh Die wissen das ja Und für die anderen Wisst ihr es jetzt Dass wir Sonntag aufnehmen Und Ja ich war gestern Also Samstag Ähm In Görlitz Das ist äh Ja Görlitz ist bekannt glaube ich Also das ist Relativ wieder näher bei uns Eine äh Stadt Die sehr schön ist Eine sehr schöne Altstadt hat Und ja ich war mit meiner Familie halt da Ähm Bisschen 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 rumgelaufen Spazieren Äh Und War kalt Aber war schön War War schönes Wetter gestern Und ähm Ja wir haben dann beim einen oder anderen Glühweinstand Halt gemacht Äh Und Den einen oder anderen Schluck getrunken Ähm Um uns aufzuwärmen Und ja Was Mir aber so krass aufgefallen ist Es ist wie gesagt kein wirklicher Mindfuck Und Äh Ich hab auch schon von vielen gehört Ähm Also von einer Person direkt Äh Hat denn Sogar eine andere Idee Für den Namen der Rubrik Die Cool ist Ja weil Es trifft halt nicht ganz so zu Dass es Mindfuck ist Ne Bei uns Oft Aber der Name ist halt cool Deswegen Ja Lassen wir den Namen Aber besprechen dann trotzdem Sachen so Die Die bisschen verwunderlich vielleicht sind Die jetzt nicht Das war an der Vorschlag Das Ich würde mal gerne den Vorschlag Äh Warte Da muss ich mal suchen Erstmal aber erzähl ich natürlich die Story Ja erzähl mal Aber Görlitz Ähm Ist ja direkt an der Grenze zu Polen Und Diesen Unterschied Ist das nicht so schön Genau Aber Mindfuck der Woche Drei Wochen so ungefähr Podcast Pause Mit dem Deutschlehrer Mit dem verstehe ich mich aktuell sehr sehr gut Und ich finde ihn super sympathisch Und So So Spaß Ist die echt cool Oder ist die echt cool Die ist echt cool Kann man machen Egal Ne Ich hab viele coole Lehrer Sag mal so Benjamin Das war eine Frage Ich hab gefragt Ob Die Englischlehrerin Ob man der Englisch machen kann Ja Aber der kann man gut Englisch machen Ah ja Das ist schön Wir haben eine richtig Textenglischlehrerin Also haben wir wirklich Wir haben so eine richtig Miese Englischlehrerin Aber egal Fang an Ja bei uns ist der Unterricht Meistens cool Wie auch immer Ich hab Ich verstehe mich auf jeden Fall Sehr gut mit dem Deutschlehrer Der ist auch der stellvertretende Der stellvertretende Direktor Bei uns in der Schule Und Ja Mit dem lesen wir halt Aktuelle Bücher und sowas Und Ich melde mich halt öfters Weil es geht gerade So um Griechenland Und das griechische Drama Und sowas Und Da bin ich natürlich Ganz vorne mit dabei Und melde mich Bei den ganzen Göttersagen Und sowas Weil ich mich dort Deutschland sagen Relativ cool auskenne Hast du mal Kratos Zur Anspielung gebracht Oder ins Spiel gebracht Ja Ne Um den ging es noch nicht wirklich Ich hab Nachgedacht Also Das Ding ist Der ist ja In der griechischen Mythologie Es gibt ihn ja Es gibt ihn ja Aber es Er spielt keine wichtige Rolle Beziehungsweise Es gibt so eine ähnliche Figur Wie Kratos Die aber jetzt Nicht Kratos heißt Das ist doch Herkules Herkules ist doch Kratos Oder Herkules ist so Ja ist auch ähnlich Er hat eine ähnliche Rolle Aber ist auch nicht ganz Dass er Weil Ja die Geschichte ist ja Ein bisschen anders Also wie Kratos Aus dem Spielen Müssen wir ja sagen Ja Ja genau Also ich glaube Der Kratos Sollte Besser bescheint sein Als der andere Ja Also ich sag mal so Leute verwechselt Ne Also Die Spiele Also Kratos war jetzt hier Das hab ich nämlich schon mal gehört In Was In meiner jetzigen Klasse Oder in meiner alten Klasse Wo es mal um God of War ging Ähm Ähm Und zwar Dass Jemand wirklich Dachte Dass so wie das in den Spielen Dargestellt wurde Diese griechische Mythologie Auch ist Der dachte wirklich Der dachte wirklich Es gibt Gratoss Ähm Der dann Der dann Der dann Und alles Der jeden Gott In der griechischen Mythologie Abschlachtet Ich fand das witzig Aber auch ein bisschen erschreckend Ja Das ist Ja Weil das erste Was ich gemacht habe Wo ich God of War Kennengelernt hab Ist Gegoogelt Wer dieser Kratos ist Und Es gibt nicht viel Von Kratos Also Ich hab auch Muss ich ehrlich zugeben Den Wikipedia Eintrag genommen Aber dieser Wikipedia Eintrag ist Ziemlich kurz Und ich glaube So viel mehr Wirst du auch nicht finden Also Teilweise Haben sie ja von Kratos Wirklich Sachen genommen Aber nee Zu Kratos Kommen wir dann später Fällt mir gerade ein Ja das stimmt Dazu kommen wir noch Und zu den Nordischen Zu der nordischen Mythologie Kommen wir dann auch noch Ja Aber erstmal Zu unserem Deutschunterricht Ähm Ich verstehe mich halt Ganz gut mit meinem Deutschlehrer Und da Ja redet der ab und zu Mal so mit mir Außerhalb vom Unterricht Und Er hat mir jetzt ein Buch Ausgeliehen Da geht's Um die Perser Ist jetzt auch nicht Sehr wichtig Ähm Es geht halt hauptsächlich Darum Ja wie die Perser halt so zu so einer Weltmacht geworden sind Und um den Krieg Gegen Griechenland Ist sehr gut geschrieben Und ist wirklich Sehr interessant Das Buch heißt Das Persische Feuer Äh Wurde übrigens Von einem Typen geschrieben Der Tom Holland Heißt Als ich das Buch Gekriegt hab Bin ich erstmal Zu jemandem Ähm Aus meinem Kurs Gerannt Von dem ich weiß Dass ich übelster Marvel Fan ist Und war so Du wirst ausflippen Wenn du siehst Wer dieses Buch Geschrieben hat Ist natürlich ein anderer Tom Holland Ist nicht Spider-Man Ähm Also ohne Ohne dem Schauspieler Nahezu reden zu wollen Ähm Sorry Ich bin Unser Ja ins Mikro Ohne dem Schauspieler Zu nahezu reden zu wollen Aber ich glaube Der kann keine Bücher schreiben Ja und Vor allem nicht über Geschichte Glaube ich Also ich Ja Über 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 Weiß ich Äh Wie man Schauspieler hat Vielleicht ein bisschen Aber ich glaube nicht Dass er jetzt wirklich Über Geschichte Dass er da so viel Ahnung hätte Kann sein Man sollte nie jemanden unterschätzen Aber Naja Egal Auf jeden Fall Dieser Tom Holland Kennt sich super gut Mit der persischen Geschichte aus Und Das ist Wirklich echt interessant Was für Kriegsstrategien Die dort hatten Damals Weil ich fand das Eigentlich so kreativ Und man sieht das Eigentlich sonst Auch nie wirklich Zum Beispiel Hatten die Einen Krieg Gegen die Ägypter Und die Ägypter Haben ja die Das heilige Tier Die Katze Die verehren die Katze Über alles Und da haben die Perser Einfach Katzen genommen Und an die Schilder Ähm Gebunden Und sind so Dann in Ägypten Reimarschiert Und die Ägypter Konnten dann Die Perser nicht angreifen Weil sie Angst hatten Dabei Katzen zu töten Und so konnten die Perser Ganz einfach Ägypten einnehmen Mit diesem Trick Mit Katzen an den Schildern Ja Wow Wow Das ist cool Ja Das ist richtig cool Und dann haben die auch noch Solche Sachen gemacht Wie Anfangs Als Das Perserreich Noch nicht so groß war Und ziemlich klein war Da Hat einfach Der König Ist mit einer Mit seiner ganzen Armee Losmarschiert Auf die größeren Mächte Die deutlich stärker waren Als er Und dann stand er Vor dem Tor Und hat dann behauptet Dass er nur der Vorreiter ist Vom wahren persischen König Und das nur so die Vorarmee ist Die sie warnt Wenn sie jetzt nicht Sich nicht ergeben Dann kommt die ganze Armee Und schlachtet sie komplett ab Und da sind nacheinander Die ganzen großen Reiche Einfach eingeknickt Weil die dachten Dass die persische Macht So riesig ist Und haben sich alle Nacheinander ergeben Und ja So ist halt Persien Immer größer geworden Und hatte dann wirklich Nach einer Zeit Diese riesige Macht Nur dass das viele andere Könige Halt nicht gemacht haben Dass sie Gesagt haben Dass sie nur der Vorreiter sind Weil Könige sind stolz Und würden sich niemals Tiefer stellen Als sie es wirklich sind Aber der persische König War halt schlau genug Um das wirklich In seine Strategie Mit einzuarbeiten Und Das dritte Was ich auch sehr interessant fand Das war Nicht mal wirklich Der Krieg Zwischen den Persern Das war Da gab es halt vorher Schon verschiedene Völker Die sich dort bekriegt haben Die später dann die Perser Mit eingeleibt haben Und da gab es zwei Völker Das Das eine Volk hieß Lyrien glaube ich Und das andere Lyrien 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 Das hieß Nicht Syrien Lyrien Lyrien Ja mit L Lyrien Genau Ja Gibt es in Witcher auch Lyrien Lyrien Und je krass Ja das Kann mir Frontbreaker Frontbreaker Das Die Lyrische Also Die Lyrische Ist ja Die Lyrische Armee Oder das Lyrische Land Ist ja Ist ja Im Auf der Karte Im Südosten Ist das Südosten Also im Norden Aber noch Das ist Lyrien Okay Ja weil Da ist ja auch Riva und so Liegt ja in Lyrien Ah Okay Ja gut Das ist gut zu wissen Auf jeden Fall Gab es das auch Gab es in Lyrien Und die hatten Krieg gegen Medenien Oder mit Ja was auch immer Gegen die hatten die halt Krieg Und An So Fast die größte Schlacht Von denen gerade lief Gab es eine Sonnenfinsternis Und da Haben die erstmal aufgehört Zu kämpfen Weil sie dachten sich Warte mal was Warum Warum ist die Sonne weg Warum ist komplette Dunkelheit Und haben dann Beschlossen Ja ja Haben dann beschlossen Jo lass Frieden machen Wir kämpfen nie wieder Und diese zwei Völker haben danach Nie wieder gekämpft Gegeneinander Weil die dachten Dass die Götter Irgendwas Dort irgendwelche Zeichen Gesendet haben Dass sie besser aufhören Sonst wird irgendwas Schlimmes passieren Ja Dann sind aber später Die Perser gekommen Und haben die eh alle Erobert Die ganzen Länder Also war es dann doch Eh egal Aber Ist ganz interessant so Was für Sachen dort abliefen Das ist wirklich sehr informativ Sich das mal so durchzulesen Das ist cool Das ist cool Und die paar Fakten Fand ich so interessant Das musste ich mal Hier so mit anmerken Weil ich das so schön fand Das mal so gehört zu haben Naja Da kann ich auch gleich Einen Fakten nennen Also der ist schon länger her Wenn wir so bei so Fakten sind Und zwar Wo ich das erste Mal Jetzt kommen wir nämlich Schon so langsam Zur nordischen Mythologie Wenn ich hiermit anfange Wo ich die ersten Bilder Von Thor In God of War gesehen hab Der ist ja dick Ja Und Ja ich dachte halt immer Thor Naja Also ich hab nie Wenn ich an Thor gedacht hab Hab ich nie an Chris Hemsworth gedacht Das nicht Aber schon auch so einen Typen Mit so einem Hammer Und so einem Umhang Aber es hat mich so überrascht Wo dann stand Ja Korrekt in der nordischen Mythologie ist Das Thor Fett ist Weil der sehr gerne Wird beschrieben Halt gegessen Getrunken Hat Ne Das war so ein Robert Baratheon Ist Thor eigentlich So Ja so sieht er auch aus Finde ich im Spiel Was ich bisher so gesehen hab Ja nur halt mit roten Haaren Roten Haaren Wollte ich auch grad sagen Und gespielt von Ryan Hurst OP aus Sons of Anarchy Und Und Beta Aus The Walking Dead Oder Beta Ich glaub wo du das erzählt hast Hab ich mich dann gewundert Dass er auch Beta gespielt hat Weil Weil der mir so älter vorkam Aber Ja da liegen noch ein paar Jahre dazwischen Zwischen The Walking Dead Und Sons of Anarchy Ja ich mein in Sons of Anarchy Ist er so 30 Und in The Walking Dead Hat sich das immer angefühlt Wie Also ob der 50 Oder über 50 Wird Ne aber Der hat ja auch Ja natürlich Promo für God of War Gemacht In so Videos Ja sieht er auch Wieder jünger aus Also die haben Hat glaube ich Einfach die Maske Auch gemacht Die Die er auch hat Ja und der Bart Genau Ja alles klar Also in meinem Fall Kann man durch Ne Würde ich mal sagen Dann gehen wir mal Jetzt zu Äh Den Wöchentlichen Filmserien Videospielbüchern Und Sonst noch Irgendwas anderes Hast du nicht gesehen Was weiß ich Abfahrt Yeah So Das war Gut Da sind wir Ähm Also Ich würde sagen Du arbeitest jetzt Deine Liste ab Dass ich dann Zu God of War Das wäre das erst Ein größeres Hauptthema Nehmen Ne Gut Genau Es liegen ja Manche Filme Schon etwas Zurück Bei mir Deswegen Ähm Hätte ich jetzt Ehe nicht so viel Ich bin sehr gespannt Weil du gesagt hast Die kenne ich Okay ja Also ich würde nur sagen Ich fange mit den ersten Zwei Filmen an Die ich verschoben habe Die ich noch In den Herbstferien Bei einer Mysteriösen Mysteriösen Person Guckt habe Äh Zwei Filme Die ich da noch nicht Erwähnt habe Weil wir keine Zeit mehr hatten Und zwar sind es Zwei Filme Von Stanley Kubrick Sozusagen Dem Beethoven Von Vom Kino Wenn man so will Ja Ähm Genau Davon einen Film Den ich bereits gesehen habe Das piept mal wieder 21 Äh 21 50 Ungefähr Äh Das schreibe ich mir gleich mal auf Ich achte auch Normalerweise so übelst Drauf dass ich den Namen nicht sage Aber manchmal Manchmal rutscht das einfach so raus Das ist ja Wenn man nicht mehr so konzentriert ist Auf diese eine Sache Egal mit der mysteriösen Person Habe ich auf jeden Fall Die beiden Filme geguckt Und der hat die schon beide gesehen Ich habe nur einen von beiden gesehen Und zwar Clockwork Orange Ein Einfach Vorfahrens Lieblingsfilm Genau Genau Zu Recht Kann ich gut verstehen Dass er diesen Film so sehr mag Ich muss sagen Beim zweiten Mal Fand ich den Film noch besser Als beim ersten Mal Der ist auch in meiner Ewigen Bestenliste mit drin Weil ich den wirklich Auch selber sehr mag Ich würde sogar sagen Ist mein Lieblings Kubrick Film Und deswegen Habe ich dann Gesagt Ja den müssen wir Jetzt mal wieder gucken Weil es war Fast gerade ein Jahr her Dass ich den das letzte Mal Gesehen habe Und da wollte ich den Wieder mal gucken Und ja Also Der Film ist einfach genial Es Ist schwer so ein bisschen Zusammenzufassen Worum es da eigentlich geht Weil es bei vielen Filmen Von Kubrick so ist Dass irgendwie So wirklich den Plot Kann man erst ab der Hälfte Finde ich ablesen Wo eigentlich Wie gesagt Die Hälfte vom Film Schon rüber ist Und diese Hälfte Eigentlich mehr so Nicht wirklich Exposition ist Aber schon etwas Mehr Exposition ist Und dann Versteht man Worum es wirklich geht Aber in Clockwork Orange Geht es darum Das spielt in so einer Futuristischen Seltsamen Futuristischen Zukunft Die Ja auch Bisschen retro Futuristisch Also so Gewisse Sachen So beibehält Wie Eckige So einen eckigen Fernseher und so Aber Es ist nicht mal Der Zeit geschuldet Von wann dieser Film ist Sondern Es ist auch bewusst Eine Besonders gewählte Zukunft Es ist auch so Dass die Kunst In dieser Zukunft Alles sehr sexuell ist Also Du wirst Kaum eine Szene haben Oder eine Einstellung Wo du hinten Nicht irgendein Bild hast Mit Mit irgendwelchen Akten Oder irgendwas Was passiert Oder Irgendwas hingekritzelt An die Mauer Also ungefähr Wie 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 Jede Zukunftsdystopie Ja Genau Viele Zukunftsdystopien Sind Sind Finde ich So Übersexualisiert Ja Stimmt Also Blade Runner Aus der Sicht Ist es auf jeden Fall So Aber Vom Look her Sehr sehr anders Also es ist sehr sehr eigen Ja Und es ist auch so Dass Diese Zukunft So ein bisschen Ich weiß nicht Es ist sehr kunstaffin Oder es kommt Zumindest so rüber Weil die Hauptfiguren Beziehungsweise die Hauptfigur Gehört zu so einer Gang Und hat so drei Freunde Mit denen er Quatsch macht Und sowas Und es ist auch so Dass dieses System In dieser Zukunft Nicht sehr Also es ist schon streng Aber es gibt viel Viel Verbrechen Sozusagen Und die machen auch viel Verbrechen Und diese Hauptfigur Ist riesen Beethoven Fan Deswegen ist die Musik Vollgestopft mit Beethoven Musik Äh Was den Film finde ich Auch sehr gut tut Weil es so eine eigene Atmosphäre dadurch hat Es Es fühlt sich wirklich Nach richtiger Kunst an Aber Du hast meistens so Diese Gegenpunktierung Dass du einmal so Beethoven Musik hast Und dann irgendwas Gewaltvolles gerade getan wird So in einer Mischung Und das thematisiert der Film Auch sehr sehr Krass Weil es wirklich Darum Um Gewalt Hauptsächlich geht Und wie man Diese Gewalt Bekämpfen sollte Und wie vielleicht nicht Und Es ist Sehr sehr interessant gemacht Was für Methoden Da ausgedacht wurden Wie man Gewalt bekämpfen sollte Und welche Folgen Das dann wiederum hat Ähm Ja Es ist halt Wirklich so ein Kreislauf Der Gewalt Und dann wiederum auch Das kenne ich irgendwoher Ja 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 Das kennt man irgendwoher Aber es findet Finde ich einen sehr sehr Überraschend frischen Weg Vor allem ab der Hälfte Mit diesem Thema Umzugehen Und ich weiß noch Und ich weiß noch Als ich den Film Das erste Mal geguckt habe Die erste Hälfte Des Films War ich so Saß ich da Und war so Ja okay Also wirklich Viel Worum es hier geht Ist das ja eigentlich Gar nicht Die ziehen hin und her Und vergewaltigen Mal irgendjemanden Okay wenn man sich das jetzt so Anhört vielleicht Aber also Das Problem an diesem Film Äh Ist immer Was ich Damit habe Ähm Du kannst den nirgendwo schauen Also auf Streamingdiensten Ja 27 Es tut mir leid Es tut mir wirklich leid Also Benjamin Schick dir einfach Die Tonspur Und dann Tösser selber piepen Aber jetzt Spre ich nicht mehr aus Okay Ja ja Probier es Bitte Sonst sitze ich hier Ewigkeiten Oh Scheiße Egal Auf jeden Fall Die Person Ich weiß jetzt gar nicht mehr Was ich sagen Ah ja Die Person Hat es Zuhause Ja ja Genau Deswegen konnten wir es gucken Naja Wenn man Ja Ja Der einer hat halt Die Der einer hat halt Die Playstation Spiele Ne Der andere die Filme Ja Der dritte die Bücher Der dritte die Bücher Genau Ja ich habe wirklich Meine größte Braille Sammlung Sind Spiele eigentlich Sind Videospiele Danach kommen Serien Und danach erst Filme Also ich habe wirklich Sehr sehr wenig Filme Auf Blu-ray Ich glaube ich habe Nur so 10 Filme Oder so auf Blu-ray Glaube ich Ja ich habe Ich habe einige Filme Auf Blu-ray Warte mal Ich kann die ja mal aufzählen Ich zähle mal Ich zähle mal die Filme Die mir jetzt gerade anfangen Die ich auf Blu-ray habe Auf Äh Dune Äh Dune Mortal Kombat Äh Pulp Fiction Äh Den habe ich nicht Auf Blu-ray Den habe ich Warum auch immer Auf DVD Ich habe keine Ahnung Wieso Star Wars 8 Ja ne Also Benjamin Ich höre dich gar nicht Du hast gerade was geredet Und ich habe nichts Äh Du hast gerade was gesagt Ich habe still vor mich hingezählt Ah ja okay Star Wars 8 Habe ich Das ist der vierte Dann habe ich Noch Äh Auf Blu-ray Dann wieder Äh Avengers Infinity War Dann habe ich Ich zähle jetzt entweder DVDs auch mit Weil dann habe ich ein paar mehr Äh Stargate Dann habe ich Äh Gran Torino Äh Dann habe ich Ja den zähle ich jetzt auch mit Stargate Arc of Truth Und Continuum Und dann Was habe ich noch als Film Also das ist nicht mein Film Aber den Haben wir aber gemeinsam mit meiner Mom Also Ja eher nicht gemeinsam mit meiner Mom Den hat meine Mom Aber der ist halt Trotzdem natürlich hier Logischerweise im Haus Äh Titanic Ähm Ja Bestimmt auch noch ein paar andere Mir fällt es noch gerade nicht ein Was Was noch Warte ich kann ja einfach mal schnell Kann ja einfach mal schnell Ne Das sind die die ich aufgezählt habe Ja Ich habe gerade hier hochgepuckt Und habe Zwischendurch gezählt Und ich bin jetzt auf Etwa 50 Blu-rays gekommen Und Und dann noch Game of Thrones Auf Blu-ray Blu-ray Sehen zählen nicht mit Sehen zählen nicht mit Nur Filme Okay dann 50 Blu-rays und Ja Filmen Also DVDs Habe ich Auch noch einige Zum Beispiel Harry Potter Habe ich komplett auf DVD Aber das Habe ich jetzt Einer mysteriösen Person Ausgeliehen Deswegen habe ich es Nicht hier stehen Aber ja DVDs Sind auch noch einige Ja Aber warum hast du Warum hast du ja Mysteriösen Person Harry Potter Ausgeliehen Äh Ausgeliehen Äh Grund ist Sehr sehr einfach Äh Die mysteriöse Person Hat die Filme noch nie Wirklich geguckt Ich weiß Deswegen Genau deswegen habe ich gefragt Ja Er wollte sie mal gucken Und jetzt Jetzt habe ich sie im Ausgeliehen Und er hat sie inzwischen Schon alle geguckt Äh Seine Meinung War so mäßig Also Naja Das ist halt einfach Das ist halt einfach Wenn du nicht die Nostalgie hast Die wir beide Nostalgie haben Ähm Was die Filme angeht Ist das auch Was anderes Ich würde sie jetzt Wenn ich sie So betrachte Jetzt Ich hatte sie ja Dieses Jahr auch Erst gesehen Wo ich Corona hatte Und ich muss sagen So alleine Finde ich die Filme trotzdem Vom Alter her Vom Look Von der Produktion Sehr stark Auch die Geschichte Die es erzählt Wenn man Jetzt das nicht Mit den Büchern Vergleicht Finde ich trotzdem Sehr stark Aber Ja Es wäre jetzt nicht So der Scheiß Den ich mir Immer wieder geben würde Aber Wenn dann noch Die Nostalgie Mit reinkommt Ja dann sind Die Filme schon Für mich Also die Filme Sind Sehr wichtig Auch für mich gewesen In meiner Kindheit Hm Ja Mir geht es genauso Es ist auch einfach Die Nostalgie dabei Und ich mag die Filme Sowieso Nur Sein Kritikpunkt Ich konnte es halt Alles verstehen Was er gesagt hat Sein Hauptkritikpunkt War einfach Dass Die Ja Dass die Logik Von der Magie Sich eigentlich immer An die Geschichte Anpasst Also er hat dann Immer so gefragt Ja okay Aber warum hätte Die Figur jetzt Nicht so einen Zauberspruch machen können Oder sowas Aber Ist das nicht Auch in Büchern? So Das ist auch in den Büchern so Genau Also das ist allgemein Ein Harry Potter So ein Ja da muss man Also Man schaut jetzt ja Kein Breaking Bad Ja ja Wenn du dich Darauf einlässt Und weißt Das ist jetzt nicht Breaking Bad Was wirklich Von vorne bis hinten Ähm Irgendwie Richtig krass Logisch in sich Eingeht Äh Dann Finde ich Kann man Einen guten Abstrich machen Weil Ja wenn man Wenn man Wenn man so Ran geht Beispielsweise Mit 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 Ah naja Die Magie Die passt sich an Da könnte man Ja auch sagen Äh Der Also Warum Warum immer Mit diesen Schul Also Ne 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 Der Vergleich ist dämlich Ne Ja Gebe ich mir aber auch recht Auf jeden Fall Weil die Das ist schon so eine Sache Aber Ich kann es mir gar nicht so Wirklich wegdenken Bei Harry Potter Weil sonst würde die Geschichte Einfach auch nicht funktionieren Es ist halt konstruiert Ja es ist Genau Es ist sehr konstruiert Das stimmt schon Wie Aber wie gesagt Es ist halt einfach Nostalgie Ähm Und man hat sich dran gewöhnt Ich hab das früher auch nie hinterfragt Also Es müsste wirklich erstmal Eine mysteriöse Person Hinterfragst du doch auch sowas nicht Ja ne Als Kind hinterfragt man das nicht Klar Aber wirklich Hab ich halt bis heute Gut weil ich wahrscheinlich Mich aktuell nicht mehr so viel damit beschäftigt hab Aber Ich hab's wirklich nie so wirklich hinterfragt Wie konstruiert das eigentlich ist Mit der Magie Vor allem weil ich jetzt Ach ich weiß nicht Sollen wir Oder Ist es okay wenn man bei Harry Potter Beim sechsten Teil Wissen wir was wegspoilert So vom Ende Also was bisschen Das ist ein großer Spoiler Aber Gut ansonsten Wer Harry Potter noch nicht gesehen hat Und es noch gucken möchte Spoilerwarnung 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 Genau Genau Spult zwei Minuten vor Weil ich nicht glaube Dass es irgendjemanden gibt Der Harry Potter noch nicht gesehen hat Und es gucken möchte noch Also ich glaube Das hat so ziemlich jeder gesehen Ja selbst die ominöse Person Hat's jetzt gesehen Ja Eben So Da hab ich jetzt nämlich So einen Beitrag gesehen Am Ende von sechsten Teil Stirbt ja Dumbledore Und Ja da hat die ominöse Person Auch argumentiert Warum man da nichts dagegen gemacht hat Und so Und Wogegen was gemacht hat Na dass Dumbledore stirbt Ähm Was sollte man machen Na Aufhalten Irgendwie Ich mein Harry war dort oben Auf dem Turm Und Er hätte irgendwie Helfen können Ja Also das waren ja Das war ja Wenn dann nur Harry und Draco Oder Harry und Snape wären Okay Aber waren ja mehr Also das kann ich schon verstehen Weil Harry ist immer noch Ja ich fühl mich Weißt du Da merke ich aber so Ich fühl mich so Ich bin jetzt nicht der größte Harry Potter Fan Aber Aber wenn ich so was Negatives gegen die Filme höre Dann 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 Ja 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 Ich mein Wie gesagt Es ist Es ist halt einfach Kindheitlich Ähm Aber Was ich halt gesehen hab Da hieß es halt Okay Dumbledore Ist dort eigentlich gar nicht Wirklich oben auf dem Turm gestorben Sondern Er wurde Eigentlich von Snape Nur So Runter Geschubst Sozusagen Und Dass er durch den Fall gestorben ist Da dachte ich mir dann so auch Da hab ich mir die Kommentare Durchgelesen Und alle waren Oh das ist ja noch viel tragischer Wenn er so gestorben ist Hab ich mir dann so gedacht Scheiße Es ist ja schon Dumbledore Also wenn es Dumbledore Wegen dem Fall stoppt Das kann doch nicht sein Er hätte doch irgendeine Magie machen können Dass er sich Irgendeinen Besen herruft Oder sowas Ich auch nicht Es war doch Der Awada Kedavra Fluch Dabei Ja Aber da war noch irgendwas Das Dumbledore Angeblich Einen anderen Spruch Vorher gesagt hat So dass Ihn der Fluch Nicht töten kann Und dass das schon Vorher vorgeteilt wurde In Harry Potter Dass er dadurch Eigentlich nicht Hätte sterben können Stopp Aber wenn er schon Davor was gesagt Haben sollte Also ein Gegenzauber Quasi Ein Schutzzauber Dann macht doch Aber der Ausgang Der Geschichte Ja gar keinen Sinn mehr Also es macht doch Dann keinen Sinn Weil es ja genau Darum geht ja Mit dem Elderstab Dann Dass sozusagen Dazu kommen kann Dass Harry stirbt Wenn Im siebten Teil Nee weil Es geht ja Es geht ja In den letzten zwei Teilen In Heiligtumme des Todes Geht es ja dann darum Ähm Dass Voldemort Ein Elderstab hat Ja Ihn aber nicht Benutzen kann Weil er ja nicht Dumbledore Umgebracht hat Aber nee Stimmt nicht Okay nee Warte Darf ich Es ist Es heißt ja Wer ihn entwaffnet Nicht wer ihn umbringt Stimmt Und Draco hat ihm ja Entwaffnet Ja okay 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 das ist Okay ja Und Und das Das Ding ist Damit hat man ja eigentlich Versucht noch eine andere Logiklücke zu schließen Weil Dumbledore Ja Ein Fluch Auf Harry gelegt hat Dass er keine Stimme hat Also dass er nicht reden kann Weil er war ja dort unten Und er konnte nicht reden Und er konnte nicht reden Und er hatte keine Stimme sozusagen Weil er hätte so viel schreien können Wie er will Die dort oben hätten ihn eh nicht gehört Und ein Zauber ist aber beendet Wenn die Person stirbt Die Die den Zauber Ausgewirkt hat Sozusagen Dann ist es Und es ist so Die ganze Zeit Während Dumbledore Fällt Hat Harry immer noch Keine Stimme Erst wenn er unten Aufkommt Dann Wieder Ja Damit hat man das Ähm Sozusagen Ja Diese Logiklücke weggemacht Okay Naja Also Ob es jetzt so ist Oder so Es ist mir relativ schnuppe Ob jetzt Harry sprechen kann Oder nicht Weil Ich wäre Als Harry Potter auch nicht Wo dort Ich weiß gar nicht Standen da noch Todesser mit Irgendwie Es waren ja viele Ich hätte dort nicht Mit eingegriffen Also ich wäre da auch Eher Abgehauen Ja Wie gesagt Es ist Man kann es jetzt so sehen Oder so sehen Es ist letzten Endes Eigentlich Hauptsächlich für Kinder Eine Geschichte Und ich habe das Als Kind so Ich bin so Abgenordet Bei dem ganzen Da würde ich sogar Bei den letzten Teilen Sagen Hm Ist das für Kinder So noch eine Geschichte Für älter Kinder Ich habe es als Kind Geguckt Ja Ja ich auch Aber Harry Potter Trotzdem Oder Harry Potter Gewinnt Find ich auch irgendwo So Seine Atmosphäre Dadurch Dass sie mit Hauptsächlich mit den Zuschauern mit Gealtert ist Also diese Die Filme sind immer Ernster geworden Wie die Zuschauer Auch immer älter Geworden sind Zu der Zeit Ich liebe diese Ernsthaftigkeit Die Ernsthaftigkeit Ja von Harry Potter Wo es dann finde ich So richtig geil wird Davor war es So so Märchenhaft So 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 seine Abenteuer Mit Hier Abenteuer Harry, Ron, Hermine Äh Ein bisschen Hogwarts Da gibt es einen Gegenspieler Aber ist jetzt nicht So schlimm Aber dann Der vierte Teil Ich finde das so geil Der vierte Teil Am Anfang mit dem Turnier Und und Da dachte ich Also da weiß ich noch Dass ich als Kind da saß Oh Das ist aber Also da würde Weißt du was Disney Disney dazu sagen würde Heutzutage Oh Nicht kinderfreundlich Äh Oh Ja das Veröffentlichen wir nicht Auf Disney Plus Das veröffentlichen wir Auf Star Also auf Disney Plus Star Diese Ja Diese extra Rubrik Ja Naja Ja Also Genau Da habe ich jetzt auch Eine lustige Anekdote Zu Weil ich gerade gesagt habe Dass die Zuschauer Sozusagen mit den Filmen Mitgealtert sind Ähm Und da hat meine Mathelehrerin jetzt Vor kurzem erzählt Dass Oh Dass Harry Potter für sie Was ganz Besonderes war Weil sie ungefähr Immer so alt war Wie Harry Potter Als gerade Der neue Teil rauskam Jeweils Und da habe ich so Also gesagt Die ist relativ jung Ja Die ist relativ jung Ja Und Ja Wie auch immer Ähm Dann habe ich aber So gesagt Ja gut Dann sind sie aber Ziemlich langsam gealtert So weil Weil die Filme Haben ja ziemlich Große Abstände Also teilweise Schon zwei Jahre So Und wo eigentlich In der Geschichte Nur ein Jahr vergeht Und auch bei den Büchern War es ja teilweise Zwei Jahre Das ist der Mindfuck Der Woche Benjamin Das ist der Mindfuck Der Woche Wenn es der Lehrerin Trotzdem so alt war Wie Daniel Radcliffe Im Film Ja Ähm Obwohl die Filme Zwei Jahre Aber ne Die Dreharbeiten Waren ja eher Aber ja Genau Ja aber Die Schauspieler Sind ja auch Teilweise Waren dann schon älter Als die Die Rolle Die sie eigentlich Gespielt hat War nicht Nach dem dritten Teil War doch so War noch War da so Eine große Pause Ja Da Ja genau Da sind die Pausen Glaube ich Immer größer geworden Ja Und auf jeden Fall Sind sie Sind sie schon Im letzten Teil Sind sie schon Paarundzwanzig dann Wo sie eigentlich 17 sein müssten Ja klar Das fand ich auch immer So Das hat so Meine Welt Anschauung Kaputt gemacht So Wie Also wenn ich so Wenn ich Ein 17-Jährigen mal Gesehen hab Wie Du siehst aber Nicht aus wie 17 Du siehst aus wie Keine Ahnung 13 Weil ich halt Das so gedacht hab Dass die so Wirklich so alt Also dass man mit 17 So aussieht Aber ne Also manche sehen Mit 17 sehr erwachsen Aus Ja Manche sehen Nicht aus wie 17 Das ist Jünger halt Ne Das finde ich auch Mal ganz witzig Das fand ich ganz witzig Wo du Wo du das erste Mal Bei mir mal zu Hause warst Ja Und 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 ich dann so Irgendwie Meine Mom so Ach ja Bin ja mir noch ganz netter Äh Der ist aber noch Der ist noch jünger wie du Oder Ich so Ne der ist älter wie ich Der ist älter als ich Äh Wie Wie alt denn Ein ganzes Jahr Ja also Scheinbar siehst du Jünger aus als ich Das äh Sagen wir auch sehr Viele schätzen mich Viel jünger ein Als ich wirklich bin In meinem Jahrgang Würde ich auch Würde ich auch Wo ich das Das erste Mal gesehen hab Dachte ich auch So du bist jünger Das Das Mach ich jedes Mal Durch immer Wenn ich sage Wie alt ich bin Dann guck ich mich also Was So an Äh Ja Benjamin ist einfach Der größte Lügner der Welt Ich bin eigentlich voll jung Aber Gib mich als älter aus Weil das cool ist Ja genau Ne ich finde das gar nicht cool Sie als älter auszugeben Weil Früher als Kind Wolltest du unbedingt Alt werden Oder erwachsen sein Jetzt denke ich mir so Ne Lass mal Ich möchte wieder zurück Ja ja Es hat mehr Spaß gemacht Als die Welt noch nicht so kompliziert war Ja genau Das sage ich auch immer Das war noch schön Wo du dir noch am meisten Sorgen gemacht hast Ah Scheiße Schon wieder Fischstäbchen Obwohl Nee Fischstäbchen hab ich früher sehr gerne gegessen Ich mag heutzutage Kinder Fischstäbchen mehr Das hab ich gehasst Ah Schon wieder Suppe oder so Das war so das größte Problem Was du so hattest Suppe Suppe machte ich früher auch nicht Aber Suppe ist inzwischen Ich hab gestern Suppe gegessen Ich bin inzwischen Von einigen Suppen bin ich großartig geworden Es kommt drauf an Welche Suppe Ich bin Ich bin Verfechter von so cremigen Suppen Finde ich mega geil Ja cremige Suppen Die sind wirklich Ach die sind genial Das stimmt Aber so von so Von so flüssigen Suppen Nenne ich es jetzt mal Äh Bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan Aber es kommt drauf an Was Direkt Ja genau Da kommt es eigentlich auch drauf an Bei mir ist es so Desto mehr Einfach nur Flüssigkeit drin ist Und weniger wirklich Festes zum Essen Desto weniger mag ich das Also ich möchte schon Dass es Möglichst fester ist Ja Weißt du Ja Das stimmt Ich überlege gerade Ich hatte früher mal Ähm Krass Krass Warte Heftig Äh Diese Parallel Die ich jetzt ziehen kann Äh Ich schaue gerade Alf Wieder mal Und das ist ja Die Kindheit sehr schlechthin von mir Ähm Und ich hatte dieses letzte Mal Vor Vor vielen vielen Jahren Äh Geschaut Wo ich die DVDs auch bekommen habe Zu Weihnachten Das war Weihnachten 2017 glaube ich Habe ich die DVDs bekommen Und ich glaube dann Weihnachten Oder Ja Irgendwie so Oder Geburtstag Irgendwie so Auf jeden Fall Im Dezember 2018 Weiß ich noch Dass ich mit meiner Mom Immer Ähm Von 18 bis 19 Uhr Weil von Alf Geschaut habe Und Jetzt habe ich irgendwas Ganz komisches gehört Bei dir Ja Hört man das? Ich habe irgendwas gehört Also ich Ich kann es Gar nicht zuordnen Was es direkt ist Oh Scheiße Oh jetzt geht der Jetzt steht er auf Was passiert jetzt? Bin ich jetzt gespannt Hm Jetzt ist er aus dem Bild weg Ich weiß das Nee hat Warte mal Also entweder hat er einen Fernseher An Oder das Fenster auf Weil er in die Ecke des Zimmers Die er gegangen ist Da steht eigentlich nur sein Fernseher Und ein Fenster ist er glaube ich Soweit ich mich erinnere Ja und meine Ähm Jetzt fällt mir der Name nicht ein Wie nennt man das Mit dem man Wärme macht Äh Ja meine Heizung Ja ja Heizung Ja okay Hat das Ding einen richtigen Namen So Ja Heizung Heizkörper Ja genau Da hat irgendwie das Waff Da hat es geblubbert gerade Und deswegen habe ich mal ein bisschen Ah okay Ja stimmt Du wohnst ja im Altbau Stimmt Da sind ja solche Da sind wahrscheinlich noch ältere Heizboiler Oder wie man das jetzt direkt nennt Drin Also es wurde Renoviert Deswegen Aber manchmal blubbert So das Wasser Wurde es renoviert Oder Also renoviert Ist glaube ich noch nur Es renoviert nicht einfach nur Äh Neue Tapete Wurde es nicht restauriert Dann wurde es restauriert Ja dann wurde es restauriert Weil bevor wir hier eingezogen sind Wurde es nochmal restauriert Weil das so ein So ein Haus Damit kann ich jetzt angeben Das ist wirklich so ein Haus Mit Denkmalschutz Und da haben die jetzt nochmal Ja also ich sage Ich will mal gleich wieder Um Benjamin in die Scheiße zu reiten Will ich gleich wieder sagen Benjamin ist ja auch ein Lehrerkind Also es ist Es ist ein kulturell wertvolles Haus Ja Wer sollte dort sonst wohnen als ich Arroganter Basta Wirklich Ja Mein Haus hat Denkmalschutz Ja Hast du auch Das größte Problem ist Was Hast du jetzt auch Denkmalschutz Benjamin Ja ich bin auch Denkmalschutz Weil ich in einem Denkmalschutzten Haus wohne Das Schlimme ist Auch die Treppen haben Denkmalschutz Damit hatten wir ein bisschen Probleme Äh Weil wir wollten So So ein Teppich Halt so drauf machen lassen Und da hieß es erstmal Ne das geht doch nicht Das ist Denkmalschutz Das war einfach nur eine Betontreppe Aber Diese 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 Arroganz Die ich hier wieder raus höre Ja wir wollten uns So ein Teppich Auf die Treppen machen lassen So Meine Fresse Heute bist du Heute Wie du Wie du weißt Weil du so Begnadet bist Dass du schon mal Meine Treppen Hinaufsteigen durftest Weißt du Dass die schön Mit Teppich hier Überzogen sind Ja das stimmt Hat dann so geklappt Ja ich war Ich war Stimmt Ich war auch in diesem Denkmalschutz Noch erstmal drin Naja Aber du bist deswegen Jetzt nicht Denkmalschutz Ne ich bin nicht Denkmalschutz Weil ich bin Ich bin nicht so ein Reicher Bonze Wie du Naja kann ja nicht jeder sein Wäre ja traurig Naja Wir sind Wir sind So ein Hund Naja Wir sind Leicht vom Thema Abgekommen Also nicht zu sagen Komplett Aber Komplett Schöne Gespräche Hatten wir jetzt Über Harry Potter Und sowas Aber Ich habe auf jeden Fall Noch einen Film Von Stanley Kubrick Nämlich Eisweitschat Das war sein letzter Film Und das ist auch so ein Film So wirklich Versteht man da Den Plot Erst ab der Hälfte Ja wie soll ich das Zusammenfassen Es geht so ein bisschen Um Ehe Betrug In der Ehe Ja Wolllust Und in solche Themen Geht es halt Ja Und das Ganze Ist mit Eingesponnen In In eine Geschichte Über Ja Nicht wirklich eine Sekte Aber So eine Gruppe An Menschen Die auf jeden Fall Bedeutsam sind Aber So ein Geheimes Doppelleben führen Und Einmal Im Monat Oder sowas Vielleicht So ein geheimes Treffen Organisieren Immer woanders Wo Sie so eine Orgie Halten Oh cool Das ist Das steht so im Mittelpunkt Des Films Und es geht eigentlich So ein bisschen darum Was vorher passiert Und was nachher passiert So Ja Welche Effekte Das Ganze hatte Auf eine Person Die komplett Un Ahnungslos Dort reintappt In diese Ja Falle Nicht Falle Aber Selber dort Ahnungslos Dort reintappt Und diese Figur Wird von Tom Cruise Gespielt Und Er spielt Den Arzt Von Tom Crutz Ja Von Tom Tom Crutz Genau Und Und er spielt Den Mann Von Nicole Kidman Und das krasse ist Damals waren die Wirklich verheiratet Und Und es ist Im Film wird ja schon Es geht halt einfach um Ja Betrug in der Ehe Und wenn man sich das so bedenkt Ja Die waren halt verheiratet Und spielen wirklich solche Rollen Wo sie sich gegenseitig So hintergehen Und danach Nach dem Film Haben die dann auch Sind sie denn noch verheiratet? Das wäre jetzt meine Frage Ah 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 Hat ihre Ehe Ein Ende gehabt Ah ja Und es macht es halt wirklich Man kennt halt Stanley Kubrick Stanley Kubrick ist einfach ein Tier Also Dem sind die Schauspieler So gefühlt scheißegal Er will einfach Dass der Film perfekt ist Und das ist wirklich der Film Der konstant Am längsten gedreht wurde Jemals Dass der längste Ja Also Der Film geht Zweieinhalb Stunden Aber wurde trotzdem Am längsten gedreht Es wurde ein ganzes Jahr lang gedreht Aber nicht so Dass es jetzt verteilt über das Jahr Sondern ein Jahr lang konstant Das bedeutet Weil der Film Zu Weihnachten spielt Mussten die selbst im Sommer Mit solchen Jacken Dort rumrennen Mit so richtig fetten Jacken Und Also ich will mir nicht vorstellen Wie anstrengend das gewesen sein muss Tom Cruise hat auch gesagt Er hatte das Gefühl Manchmal Dieser Film ihn zerstört Und Er hat es einfach nicht ganz verstanden Wie Stanley Kubrick Wirklich so weit gehen kann Und es so weit treiben kann Weil der Mann war wirklich Perfektionist Der hat gesagt Okay Wenn es sein muss Werden wir Zehn Jahre lang An dieser einen Szene sitzen Bis sie so perfekt ist Wie ich es will Und das Ding ist Nachdem dieser Film Fertig gedreht wurde Oder Beziehungsweise Fertig geschnitten wurde Und wirklich fertig gestellt wurde Weniger als eine Woche später Ist dann Stanley Kubrick gestorben Also das war wirklich Sein letztes Werk Was er auch Komplett vollendet hat Und Das ist auf jeden Fall krass Dass er So einen Film Dann zu haben Und sich das anzugucken Und der Film hat auch Eine sehr gruselige Atmosphäre Muss ich auch sagen Das Das kommt jetzt richtig gut hin Und es gibt auch Ein Musikstück Äh Die mir von der Gewissen ominösen Person Schon früher einmal gezeigt wurde Weil er so dachte Ja okay Das Das könnte jetzt mal Ein bisschen für Gruselstimmung sorgen Und es ist wirklich Die Musik ist unheimlich gruselig Und die Szene In der diese Musik kommt Ist auch sehr gruselig Ist auf jeden Fall Ein besonderer Film Mit einer Ja Mit einer Atmosphäre Die man sowohl eigentlich Selten sieht Kann man sich auf jeden Fall mal angucken Sollte man Sollte man Okay Dann komme ich jetzt mal Zu einem Film Den ich geschaut habe Da ich ja Ich habe doch noch einen Film geschaut Das ist mir gerade eingefallen Ähm Und dieser Film Nennt sich Äh Äh Sindbart Äh Der Der Kapitän zur See Oder so Ich habe den Namen nicht mehr ganz genau im Kopf Deswegen google ich mal schnell Aber auf jeden Fall Sind Bart Äh Ist das eine Komödie Oder was Seefahrer Seefahrer Genau Aber Ist das eine Komödie oder was Nein Ähm Das ist ein Äh Dramafilm Ähm Das Echt Ja Ja es ist ein Das ist ein Ähm Wirklich Deeper Deeper Dramafilm Das ist wirklich Ein Warte Sindbart Film Äh Das Okay Irgendwie Sindbart Herr der sieben Meere Genau Dieser Titel Okay Okay Der Film ist von 1989 Ist betitelt als Fantasy Abenteuer Film Geht anderthalb Stunden Und in der Hauptrolle spielt Lou Ferrigno Also quasi der unglaubliche Hulk Äh Ja Dieser Film Ist pures Gold Wenn man einen Trash Film sehen möchte Dieser Film ist pure Unterhaltung Wirklich Der Film ist so gut Nicht von der Story Nicht von gar Der Story Die Story ist scheißegal Es ist eine klassische Abenteuer Story Ähm Die Die 0815 mäßigsten Charaktere Aber Diese Kombination von Action Und diesen dummen 80er Jahre Sprüchen Oder 80er Jahre Ideen Sind so geil Das ist einfach super super Spaß Das macht diesen Film zu schauen Und einfach nur Zu lachen Genau dafür ist dieser Film da Der ist so gut Aber nicht in dem Sinne Wie er sein möchte Sondern in dem Sinne Wie er ist So ist er Wirklich witzig Er ist wirklich witzig Mit anderthalb Stunden Müssen wir uns mal zusammen anschauen Oder so Mein Bruder will sich den auch nochmal anschauen Weil Der hat nur die erste Hälfte gesehen Dann ist er los Weil es schon relativ spät am Abend war Freitagabend Haben wir uns dann angeschaut Ähm Mit meinem anderen Bruder Habe ich mir den Dann komplett angeschaut noch Ähm Und 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 Da ging die Grüße auch natürlich an Aaron raus Und Aaron war auch da Deswegen Da haben wir uns dann alle Gemeinsam angeschaut Der Film war wirklich Der war Ziemlich dämlich Also Ziemlich Ziemlich Im Sinne von Dämlich Nicht von Er ist schlecht Also Er war auch Sein Alter ist der auch ganz gut Produziert gewesen Also die Die Kulissen und so Das war schon jetzt nicht ganz scheiße Das ist gut Das war nicht ganz scheiße Ja es sieht für mich ein bisschen aus Wie Conan für Arme Aber mit mehr Mit mehr Der Film ist geil Der Film ist wirklich Wenn du lachen möchtest Es gibt eine Szene Also ich glaube Ich brauche hier keine Spoilerwarnung Für diesen Film aussprechen Äh Weil Ja Der Film hat jetzt keine Kreise Ähm Story Aber Ich verpacke es mal trotzdem Anders Also es gibt mal eine Szene Wo Ähm Sindbad und seine Ähm Matrosen Schiffs Gefolge Gefangen sind In dem Palast In dem Keller Von dem Palast Und Sindbad Sitzt in der Einzelzelle Während die anderen Gefoltert werden Also gefoltert werden sollen Und In dieser Zelle Sind auch Schlangen Ähm Und Sindbad Spricht dann so zu der Schlange Und 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 sagt so Sagt so Sagt so zu ihrem Ah Du kannst mir helfen Hier rauszukommen Äh Du und deine Freunde Weil das noch mehrere Schlangen waren Und Dann nimmt er die Schlangen so Bindet die Ineinander Also Bindet die Verknote diese Schlangen Schlagt Sagt zu der Schlange Die am letzten noch dran hängt Da Das wird nicht wehtun Das wird nicht wehtun Wirft dann Hat dann Irgendwie Wirft dann Wirft dann die Schlange Wie so ein Wie so ein Wie so ein Enterhaken So So über so ein Gitter Weil der so ein Gitter Über ist Und klettert dann an diesen Schlangen Und hoch Hangelt der sich raus Dann Die Szene Das ist noch nicht zu Ende Die Szene Dann Dann kommt er dort in diese Folterkammer Wo seine Gefährten sind Da gibt's Krasse Action Dann fängt irgendwie Ein Typ auf einmal an Zu brennen Warum auch immer Ähm Die haben dann auch so Die haben dann auch so ein Becken So mit Mit so Keine Ahnung Mit so Piranhas Aber es waren keine Piranhas Irgendwas was auf Leute auf ist So In dem Becken Ähm Der Der ja Der Film ist auch Relativ Äh Also So ein 80er Jahre Brutal ist der Äh Und dann Dann kommt so von Von hinten So ein So ein richtig Muskelbepackter Äh Wächter Lou Ferrignor ist ja auch Also der Typ ist ein Biest Der ist wirklich der unglaubliche Hulk Ähm Tut so eine Eisenkette So um ihn drum ziehen So dass Dass der Oberkörper Dann so Ähm Also dass er ihn so fesseln kann Also dass er mit den Armen Nichts machen kann Und Und Lou Ferrignor Man sieht dann halt einfach Wie diese Wie die Muskeln von dem Typen Anspannen Und er diese Kette Einfach Abzieht In Zeitlupe Und Es ist Phänomenal Äh Ich schicke dir dann mal Im Anschluss Die Szene Weil die Szene Allein Die reicht schon Wenn du wissen willst Was sich in einem Film erwartet Ihr könnt euch auch alle Die Szene mal anschauen Äh Die gibt's auf YouTube Müsst ihr einfach mal Äh Sindbad Best of eingeben Oder Sindbad Lou Ferrignor Best of Weil es gibt viele Sindbad Filme Aber es ist mit Abstand Der Beste Ähm Genau Okay Ja ich hab auf jeden Fall gesehen Es gibt einen Animationsfilm Zu diesem Sindbad Ich weiß nicht Ist das irgendeine Gestalt Irgendein Irgendein Held Den man kennen sollte Also irgendwas Oder ist es einfach nur Ähm Aber jetzt auch ja Abseits Also so Ich hab schon mal gehört Ja Sindbad irgendwie Kenn ich Kenn ich irgendwie Hab ich schon mal gehört Aber jetzt nicht irgendwie Dass ich sage Okay wie Harry Potter Mhm Ja okay Also Wie ich glaub Unsere Generation Kennt das nicht So wirklich Ja Ja wie gesagt Das sah ein bisschen So ein Conan mäßig aus Ja aber ich glaube Noch mit viel mehr Muskeln Also Ich will ja nicht Arnold Schwarzenegger Zu nahe treten Aber ich glaube Blue Ferrignor Ist da auch nochmal Kann sein Kann sein Ja Wie auch immer Ähm Ja Benjamin Du hast ja noch Sehr viel vor dir Und wir haben Aber heute nur Anderthalb Stunden Zeit Ähm Ich Mach noch Mach noch Eine Sache Ich kann auch Gekürzt machen Eigentlich Weil ich weiß Ich Hm Warte mal Weil vieles davon Ist eigentlich nur sowas Ja hab ich mal Wieder geschaut Kann man Sozusagen Dann arbeitet Also Ich muss mal Ganz schnell Äh Obwohl Ne Das kann ich Das kann ich Noch Kann ich noch Fünf Minuten Warten Weil ich muss Meine Pizza In den Ofen Machen Das habe ich Benjamin Vorab schon mal Gesagt Und Genau Da 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 bin ich Perfekt Wenn wir die Aufnahme Aufhören Dos essen Kann Genau Gut Okay Gut Ja gut Also ich Fang mal an Zu erzählen Bisschen Ich hab Troja Wieder geguckt Ähm Ich hatte irgendwie Bock auf diesen Film Troja Liebe den Film Einfach Es ist für mich Mit einer der Coolsten So Kriegs Ja Antike Kriegsfilme Sozusagen Und ich meine Die Sage ist ja Richtig bekannt Ich glaub der Film Ist nicht So Krass Beliebt Aber Egal Ist halt einfach Meine Kindheit Ich liebe den Film Ja Also ich kenn den Film Hast du den gesehen Ich hab den nicht gesehen Aber ich kenn den Film Ja Also Ich mag den Film Auf jeden Fall Also ja Vor allem wegen den Schlachtszenen Und sowas Danach Also davor Beziehungsweise Hab ich dann noch 300 Geguckt Nochmal Zum zweiten Mal Zum dritten Mal Benjamin hatte Bock Auf Antike Ich hatte wirklich Bock Einfach auf Auf Antike Ja genau Einfach auf Griechenland Wollte ich mir Ein bisschen reinziehen Weil ich das ja jetzt auch Gerade lese mit den Persern Und den Griechen Und da hatte ich Bock drauf Und Ja 300 Was soll man dazu sagen Ich glaube das kennt so Ziemlich jeder Nicht jeder Weil es ging bei uns Auch in der Schule Um 300 Und da haben sich Zwei Leute gemeldet Die das gesehen haben Einmal ich Man sollte sich selber Immer später sagen Egal Und ein guter Freund von mir Von dem ich weiß Dass er solche Filme gerne guckt Ansonsten niemand Außer noch Unser Deutschlehrer Der hat es auch gesehen Aber ja Der Film ist auch nicht so Historisch akkurat Würde ich jetzt mal sagen Es ist eigentlich mehr Herr der Ringe Als wirklich ein Historienfilm Ja Ja genau Aber der Film macht sehr viel Spaß Weil es einfach so übertrieben Männlich ist Es ist Es macht wirklich Spaß Den dazu zu gucken Wie die dann Dort Dort einfach nur An diesem Felsen stehen So hinabgucken Aufs Meer Und die persischen Schiffe Im Sturm untergehen Und sie so Solche Solche Sprüche Raushauen Wie Die persischen Schiffe Zerbersten An unseren Küsten Zeus Feiert ein großes Fest Für uns In seinem Reich Oder sowas Das macht einfach so viel Spaß Dann kommt Gratis Und hackt ihm den Kopf ab Dann kommt Gratis Ja Es macht auf jeden Fall Spaß Sich das So reinzuziehen Aber wie gesagt Ist jetzt nicht der Historischste Film Dann Hab ich einen Film gesehen Ach du meine Güte Ich weiß gar nicht Was ich über diesen Film Sagen soll Der heißt Tuxedo Keine Ahnung Wie man das aussprechen soll Das soll irgendwie Eine Mischung aus Taxi Ach was weiß ich Und 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 Wahrscheinlich Sowas wie Taxi Und Weiß nicht Irgend so So ein Kommissar Oder sowas Keine Ahnung Egal Oder Geheimagent Oder sowas Es geht darum Das ist ein Jackie Chan Film Das ist der schlechteste Jackie Chan Film Den ich je gesehen hab Aber egal Es war ganz cool Mit dem ich das geguckt hab Es hat Spaß gemacht Weil ich hab das mit Freunden zusammen geguckt Und Da saß wir Hat schon so Spaß gemacht Wegen der Atmosphäre Aber wenn man das Filmisch beurteilt Ist das wirklich Keine Keine Meisterleistung Das ist eigentlich nur Naja Es ist halt einfach nur Was ist es Was ist es Benjamin Was ist es Es ist einfach nur Es ist ja Es ist halt so So ein Es will Es will ein ganz besonderer Vielleicht will es gar nicht Aber Manchmal hatte ich das Gefühl Dass es so So ein etwas besondererer Ähm Detektivfilm Sein möchte Oder Geheimagentenfilm Weil es halt eben Um einen Taxifahrer geht Der dann Zum Zum Geheimagenten wird Und so Übrigens krasse Ninja Tricks drauf hat Ähm Aber Die ganze Geschichte Fällt so flach Und Und es ist Vollgestopft Natürlich mit Referenzen Jackie Chan Referenzen Sowas wie Wie Wo Weil er ja Taxifahrer ist Sagt er dann An einem An einem An einem Punkt Ja okay Jetzt können wir eigentlich Ziemlich schnell fahren Weil es ist ja Rush Hour Oder Sein bester Freund Der nur in den allerersten Oder in den ersten Zwei Szenen vielleicht Vorkommt Ist halt ein schwarzer Typ Auch eine Anspielung An Rush Hour Wo er halt einen Schwarzen Sidekick hat Oder Es kommen solche Sprüche wie Ich bin Tom James Tom Wo ich mir so An den Kopf gefasst hab Ja Und dann Und dann gab es auch So eine Auflösung Wer nun der Bösewicht Also es war nicht Eine Auflösung Wer der Bösewicht ist Aber wo die dahinter kommen Wer der Bösewicht ist Und was er vorhat Und da seinen Diabolischen Plan Hätte ich auch da Und war so Hä Wie seid ihr jetzt Darauf gekommen Weil die Hauptfigur Heißt Die Bösefigur Heißt Walter Und der hat Und der hat Jesse Und Jetzt hab ich mir In dem Moment Auch gedacht Das hab ich auch erst Realisiert Als es zu diesem Reveal kam Vorher hab ich mir nicht Gemerkt Dass der Walter Irgendwas heißt Und da lässt er Irgendwie so Auf der ganzen Welt Verseuchen will Und dann nur Sein eigenes Wasser hat Was dann alle haben wollen Und dass er dann Übelst reich wird Und darauf sind sie gekommen Indem Der Name Irgendwie Bisschen wie Wasser klingt Hä Egal Egal Gut Ja gut Es gab vielleicht noch Ein paar andere Hinweise Aber So Darauf zu kommen Da gab es für mich Ganz andere Sachen Wo ich dann Eher darauf gekommen wäre Als so Dass es Dass der Name ist Egal Weil mal die Mutter Den Namen gegeben hat Dass es nichts damit zu tun hat Was der Plan von dem war Egal Es ist ein Film Ist ein Film Den gibt es Aber wenn man wirklich Ja Ah ja Ja okay Geh dann Pizza rein Oder wolltest du Ich mach die Pizza Jetzt rein Und dann Wenn so lange Kannst du ja Dann Oh ja ich werde noch Oder wolltest du noch Was zu Zu dem Film sagen Ja Wenn man Wenn man So ein Trash Film Oder Trash Film Es ist schwer Als das zu bezeichnen Trash ist Sindbad Sindbad ist Trash Ja das ist nicht Offizieller Also es will glaube ich Kein Trash sein Aber es fühlt sich Manchmal so an Aber man kann ein bisschen Spaß haben Mit dem Film Würde ich jetzt mal sagen Wie gesagt Vielleicht lag es einfach An den Leuten Mit denen ich das geguckt habe Aber ich konnte Spaß haben Gut Ja dann Nächstes Ding Nächstes Thema Ich geh mal die Pizza Machen Bis gleich Leute Ja gut Also der nächste Film Den ich geguckt habe Ist Event Horizon Den Kennen vielleicht auch ein paar Wartet mal kurz Jetzt ist glaube ich Ronny weg Jetzt kann ich eigentlich Übelst die Scheiße machen Ich weiß nicht Jetzt könnte ich Irgendwelche Storys Über ihn raushauen Er wird es vielleicht Im Nachhinein Sich nochmal anhören Man weiß es nicht Und ich weiß auch nicht Wirklich Ob er wirklich weg ist In der Kamera Sehe ich ihn auf jeden Fall Nicht Und in der Spiegelung Von einem Bild Den er an der Wand Hängen hat Sehe ich ihn auch nicht Aber ich könnte jetzt Wirklich einfach Irgendwas über ihn erzählen Was er nicht möchte Dass es rauskommt Aber das Blöde ist Er wird es vielleicht Wieder zurückhören Also Ronny Falls du dir das Im Nachhinein nochmal anhörst Diese Stelle Wo du nicht da warst Dann Hey Hey Hallo Hier ist Benjamin Aus der Vergangenheit Naja gut Was könnte ich erzählen Ich glaube Ich werde Lieber nichts sagen Oder Ich glaube Selbst er Würde es lustig finden Wenn ich jetzt was Peinliches erzähle Was kann man so Peinliches über Ronny erzählen Was er nicht selber Zugeben würde Ich glaube Das meiste Gibt er sowieso zu Ähm Aber Ach es ist lustig Ich glaube Er denkt jetzt wirklich Dass ich über Ich mache mal Lieber weiter mit dem Film Weil sonst Sonst Ähm Ist er gleich hier im Raum Und Und merkt Dass ich eigentlich Über ihn quatsche Eine peinliche Sache Oh man Okay Eine Sache habe ich auf jeden Fall Aber die ist Zu fies Als dass ich das erzählen könnte Deswegen lasse ich es lieber Das wäre wirklich fies Wenn ich mich darüber lustig mache Weil das ist Eigentlich schon Traurig Das ist Da hatte ich sehr Mitleid mit ihm Als ich das erfahren habe Und Ja Was das Leben halt so bringt Ja Vielleicht Vielleicht wird er noch mehr Erfolg haben In seinem Leben In Auf diesem Gebiet Ja genau Also Event Horizon Ist ein echt cooler Film Mit echt cool meine ich Mäßig cool Der Film macht auf jeden Fall Spaß Ey da bist du wieder Da bin ich wieder So Und Pizza 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 ist im Ofen Ja Ja das ist schön Das ist schön Da hast du wirklich Also die Tonspuren Die du gerade siehst Die gerade so langsam verschwinden In der Zeit Da könnte es sein Dass ich etwas peinliches Über dich erzählt habe Aber Weiß man Weiß man nicht Ja Ich will es mir anhören Erzähl es nicht Ich will es mir anhören Okay Ja Wie auch immer Also ja Event Horizon Ist ein mäßig Mäßig cool Ach nee Ich habe letzten Endes Dann doch nichts erzählt Ich habe was angedeutet Aber dann dachte ich mir so Nee das wäre jetzt zu mies Wenn ich jetzt wirklich Also da Nein Nein So herzlos bin ich dann doch nicht Ah ja Ich habe eine Ahnung Wum es geht Ja Ja Ich glaube du eins ist wichtig Ja Okay Alles klar Alles für dich habe nichts gesagt Ja Ähm Äh Äh Benjamin Ja Fick dich Äh Gern geschehen Schöne Nee Wie gesagt Ich habe Ich habe nichts Nichts Nein Ich habe nichts verlauten lassen Ich habe nur mit dem Gedanken gespielt Äh Jetzt zu der Scheiß Arte zu Ende machen Und los geht es jetzt hier Oh ich glaube jetzt ist er pisst Äh Nee Genau Ich habe Event Horizon geguckt Alles cool Ah Da bin ich doch beruhigt Ja Dein Herz ist groß Mein Herz ist ja Ja Jetzt Ey wirklich Jetzt hast du schon Ja egal Komm jetzt mach 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 zu Ende jetzt Wirklich Event Horizon Ähm Ja Ist halt so ein bisschen Alien mäßig Das Das hat mir auch Zu Beginn Sehr gut gefallen Ich dachte auch am Anfang so Wow Der Film könnte wirklich Zu meinen Mein Lieblingsfilm kommen Weil die Atmosphäre so Alien mäßig war Und ich liebe ja Alien Ist ein Mein Top Film mit dabei Ganz vorne Äh mit ganz vorne Hinterher der Ringe Aber egal Ja und ja Hat mir auch wirklich gut gefallen Bis dann irgendwann das Finale Ankam und der Film dann Doch Ja Irgendwie ein bisschen Ins dümmere abgetrifftet ist Wo ich mir dann so dachte Also Es gibt stellenweise so Szenen Wo sich Figuren eigentlich so selber Ins Bein schießen Wo ich mir denke Also das war jetzt wirklich dumm Das hättest du nicht machen müssen Ähm Aber die Atmosphäre Wirklich Bis zum Ende Bis vor dem Ende War wirklich sehr stark Und hat sich auch nicht so Klischee mäßig angefühlt Sondern war wirklich Dieses aussichtslose Wie bei Alien Oder noch aussichtsloser Eigentlich Und das hat mir Spaß gemacht Es war wirklich so ein Horrorfilm Auf einem Raumschiff Den man halt selten hat Der wirklich auch gut ist Bis aufs Ende Wie gesagt Das Ende mochte ich nicht so sehr Das Ende hat es dann doch Ein bisschen mehr Mittelmäßig gemacht Für mich Ja Aber Kann man sich schon geben Finde ich Mhm Und dann Der allerletzte Film Den ich noch geguckt habe Ist Scream Den habe ich Kurz nach Halloween Oh ne Den habe ich sogar Zu Halloween geguckt Ach cool Den habe ich zu Halloween geguckt Ja Weil ich dachte Ich gucke mir den mal an Ähm Ja Was mir nur so halb bewusst war So ein bisschen schon Aber nur so halb Das ist halt eigentlich Auch selber schon eine Parodie Nicht eine Parodie Aber Es sich lustig macht Über andere So Killerfilme Wo es darum geht Dass es einen Serienmörder gibt Und der nacheinander Teenager Abschlachtet Und in dem Film Geht es ein bisschen Um die Idee Wie sagt man das so schön Um Dekonstruktion Jetzt ist dieses Dieses Klischees Weg Und Es werden Stopp Stopp Aber was Also Ich Habe Gerade dich nicht gehört Was Die Verbindung war richtig weg Aber das ist nicht gut Ja Wiederhole das einfach nochmal Äh Wo du gerade Okay Genau Die letzten 30 Sekunden Wiederhole die nochmal Oh okay Also ich hoffe Ich hoffe mal Dass es drauf Egal Ich Ich habe Scream geguckt Hast du das Ja Das ist Genau Ich habe noch gesagt Dass es eine Dekonstruktion Von So Killerfilmen ist Das haben wir auch gehört Alle Genau Und dass es ein bisschen Parodisiert wird Das Ganze Und Das war ja eigentlich alles Ja gut Dann Ja So ungefähr Genau Und Ja Ich habe halt Früher immer nur Scary Movie gesehen Scary Movie habe ich mir Ein paar Mal angehuckt So ziemlich alle Teile Ich glaube den vierten Habe ich Ne den dritten Habe ich nicht gesehen Aber ansonsten alle Und das ist ja eigentlich Dann habe ich jetzt So im Nachhinein gemerkt Ist eine Parodie Von einer Parodie Weil die besten Gags Aus Scary Movie Sind eigentlich schon In Scream mit drin Und Sind dann noch so Dargestellt Dass es wirklich ernster wird Und du dann doch Angst um die Figuren hast Also ist Ein guter Film Muss ich sagen Aber es mich Ab einem Punkt Wirklich genervt hat Weil es eben halt so Ja Diese Meta Ebene Drinnen hat Dass die Figuren Die das gucken Selber Killer Filme Mögen Ist immer so Dieser 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 Beitun Mit dabei Ja wenn das jetzt Ein Film wäre Würde das und das Passieren Und die sagen das Ständig Es gibt mindestens Fünf Stellen Wo die sagen Ja gut Wenn das jetzt Ein Killer Film wäre Dann würde jetzt Dort hinten Im Busch Da würde sich jetzt Gerade der Killer Verstecken Und dann versteckt er sich Wirklich dort Oder sowas Es ist voll mit Diesem Meta Gags Und das hat mich dann Ab irgendeinem Punkt Dann genervt Aber war dann doch Recht frisch Was andere Themen angeht Und Er macht halt Spaß Ist halt jetzt nicht Der krasse neue Film Ist es halt Ist es halt Ist es halt Ein Killer Film Da kann man jetzt Finde ich auch Nichts Liebes Wirklich erwarten Es ist halt Für Halloween ein Film Aber für Das für was es ist Ist es wirklich gut Finde ich Und Das Ding war Weil ich habe Einen Punkt erkennt Hab dass Scary Movie Eigentlich so ziemlich Alles aus diesem Film Kopiert hat Dachte ich auch Dass ich weiß Wie es zu Ende geht Und hatte eine Gewisse Vermutung Wer der Killer ist Aber diese Vermutung Hat sich dann komplett Auf den Kopf gestellt Am Ende Und ich war so Achso okay Dann ist es doch nicht so Das fand ich auch Ganz interessant Weil dadurch Dachte ich halt Was anderes Aber so habe ich gemerkt Dass Scary Movie Da versucht hat Noch eine Schippe Draufzulegen Eine Schippe Die eigentlich sinnvoll Gewesen wäre Für den Film Weil ich extra Darauf geachtet habe Dass die Person Eigentlich hätte Killer sein können Weil die immer Aus dem Bild ist Wenn gerade was passiert Und erst nachher kommt Ja okay Genau Ah ja okay Naja wenn wir Wenn wir jetzt schon Bei Killer sind Würde ich zu God of War Ab Driften Wenn das okay ist Neben Killer Das Damit bin ich Einbestanden Dann würde ich sagen Um Um es zu zelebrieren Gebe ich God of War Ein eigenes Intro Deswegen Kommen wir nun Zu God of War Ragnarök Ja da sind wir Bei God of War Ragnarök Benjamin Hast du Den erstes Reboot Von God of War Wenn man es direkt Reboot nennen kann Den 2018er God of War Hast du ihn gespielt Angespielt Angespielt bedeutet So die ersten 10 Minuten Allein gespielt Ja Leider kam ich nicht dazu Das ist Ganz Ganz mies Ja ich weiß Weil Das Ding ist Das Spiel ist halt Allein schon Inszenatorisch So heftig Weil es ja einfach Ein One Shot ist Mhm Ich hab das Spiel Seit ungefähr Einem Jahr Jetzt ungefähr Auf meiner Playstation Und Ich hatte schon Mehrmals Im Hinterkopf Ich müsste es jetzt mal Anfangen Ich müsste es jetzt mal Durchspielen Aber Ich hab halt Währenddessen auch Andere zig Sachen Wo ich das dann Immer wieder verschoben hab Und ich dazu gekommen bin Und Ich werde es wahrscheinlich Spielen Wenn ich dann auch Den zweiten Teil Der jetzt rausgekommen ist Selber Gekauft hab Oder hab Wahrscheinlich gekauft Weil ich glaub nicht Dass es sobald Bei Playstation Plus kommt Wenn ich den Auch den zweiten Teil hab Dann werde ich Vorher den ersten Teil Durchspielen Und dann den zweiten Damit ich das so In einem Rutsch erleben Also das musst du auch Weil Das was Der zweite Teil Kann nicht für sich Alleine stehen Okay Der zweite Teil Also von der Story her Du brauchst das Vorwissen Der zweite Teil Gibt dir zwar am Anfang Im Menü Bevor das Spiel startet Dann nochmal Recap Zu God of War Ansehen Die Dings Das ist auch ein ganz cooler Recap Aber Ist halt ein Recap Und Recaps Sind halt meistens Jetzt Also du musst wirklich Das Weil sonst verstehst du da nichts Sonst Sonst Sind sie da und so Wie Warum das jetzt Hä Was ist da jetzt los Ähm Wieso Ähm Also hat er das jetzt so gesagt Ähm Genau Wegen der Story Aber bei God of War Macht er doch das Gameplay Arsch Viel Bock Ja Genau Ja äh Was weißt du denn Über das Spiel Ich weiß Das ist auch Ich weiß auf jeden Fall Natürlich dass Ähm Kratos Diesmal Bei den Nerdischen Göttern Gelandet ist Wie auch immer Das erklärt wird Aus der Der griechische Griechischen Mythologie Die nordische kommt Wird das erklärt So Bisschen Also es wird Relativ simpel Erklärt Ähm Ist einfach dieselbe Welt Sozusagen Das ist dieselbe Welt Ja Nur einfach nach Norden gegangen Und ist es dann dort So ungefähr Okay Okay Gut Dann kommt vielleicht noch Ägypten Dann irgendwann Ja das wurde schon Prophezeiht Das Wort Prophezeiung Hat jetzt einen ganz anderen Also Leute die God of War Gespielt haben Wissen was ich mit Prophezeiht meine Ähm Ja Äh Weiß ich nicht Ab Weil erstmal Hetzt ja das God of War Ragnarok Der letzte God of War Teil erstmal Vorerstes Also vorher Ja Das wird keine Trilogie Oder was Das wird keine Trilogie Okay Der ist damit Dann mit dem Spiel Ist die Story so In der nordischen Mythologie Auf jeden Fall abgeschlossen Genau Und ich bin sehr gespannt Wie sie abgeschlossen wird Weil es mehrere Theorien gibt Dazu Das verwundert mich jetzt Das wusste ich zum Beispiel nicht Was ich wusste Äh Was ich weiß Äh Ähm Ist dass es Valkyren gibt Und dass die Arsch Schwer sein sollen Das ist so Also ich würde sagen Wenn du God of War Also im ersten Teil Gibt es die Valkyren Im zweiten was anderes Ähm Wenn du God of War Auf God of War spielst Also auf der Schwierigkeit God of War Äh Da kann Daxus Einpacken Ja ich hab schon gehört Ja ich hab schon gehört Das ist sehr schwer Im ersten Teil Da weiß ich bescheidig Ja genau Ich weiß Das ist sehr akkurat Ausgesprochen Darf ich das nochmal Ja Jörmungandr Oh ja jetzt Arsch Bettet wird Äh Weil es ja wirklich Es ist ein One-Shot Und das ist so Und auch die Cutscenes So mit eingearbeitet Wie würde Die Cutscenes Die Cutscenes Sind dann auch wirklich So mit eingearbeitet Es gibt keine Ladezeiten Oder so Ähm Also die Cutscenes Sind quasi Ladezeiten So ein bisschen Mhm Es gibt aber nie irgendwie Dass der Bildschirm schwarz wird Äh Oder irgendwie Also Künstliche Schnitte Wären glaube ich Ab und zu mal gesetzt Ja Ähm Oder zumindest Wo man annehmen würde Dass ein künstlicher Schnitt Gesetzt werden würde Wenn es ein Film wäre Mhm Äh Aber ja Es gibt keine Ladezeiten So wirklich Ähm Er kennt ja irgendwie Die schwarzen Bildschirme Die Ladezeiten sind dann halt Ähm Wenn du Wenn du stirbst Wird der Bildschirm halt schwarz Oder wenn du halt Das Spiel verlässt Und aus dem Spiel In das Spiel reingehst Aber Es ist wirklich Von vorne bis hinten Ohne einen einzigen Schnitt erzählt Und es ist so smart gemacht Hättet es es einfach Sich so geil anfühlt Wie es erzählt ist Mit dieser Kamera dann halt Ähm Mega Wirklich God of War Ragnarok Richtig geil Ich hab bisher 15 Stunden ungefähr drin Es geht Ist jetzt nicht so viel Weil ich halt auch nicht Massig Zeit hatte Ähm Zu spielen Und ja so 15 Stunden Ein plus Habe ich das Habe ich das richtig mitbekommen Dass man auch irgendwie Im zweiten Teil jetzt andere Figuren Als Kratos Steuern kann Weil Ja Weil da habe ich mich gefragt Wie sie es dann mit dem One-Shot lösen wollen Wenn Sehr sehr smart lösen die das mit dem One-Shot Äh das ist Okay Wenn du Das habe ich mir nämlich auch gefragt Aber Es ist echt Echt smart gelöst Wie sie das machen Also Das ist wirklich Also wenn du das siehst Wie sie es lösen Dann wirst du auch denken Meine Fresse Das ist Das ist Das ist Das ist wirklich schlau Ja okay Klingt auf jeden Fall interessant Ja Genau Und Es würde Aber von der Story weiß ich halt wirklich nicht viel Ich weiß grundsätzlich vom ersten Teil Den Ausgangspunkt Dass Die Die Frau von Kratos Und Die Mutter von Atreus Nee äh Atreus Okay Genau Dass die Mutter Dort gestorben ist Und dass die von Irgendeinem Gott Aufgesucht werden Aber ich habe keinen Plan mehr Welcher Gott das war Der mit dem Zopf Ja Äh Wirst du ja erfahren Wenn du spielst Welcher Gott das war Ja Auf jeden Fall Hat es Ähm Hat God of War Wagner Äh God of War Der erste Teil Äh So ein So eine geniale Story Also Wie Es ist wirklich auch so ein bisschen so Sie rutschen so ein bisschen damit rein In die ganzen Göttergeschichten Weil Kratos war ja An dem Punkt Äh Warum er ja auch aus Griechenland raus ist Ja fertig als Gott Er gibt sich ja auch nicht als Gott mehr aus Er tut ja Nicht mal Nicht mal Atreus selbst Weiß dass er ein Gott ist Äh Er äh Ja Er leugnet es quasi Ein Gott zu sein Mh Und ja Kratos ist halt ganz ganz anders zu dem Kratos Den man aus den ersten God of War Spielen kennt Weil er halt einfach Alt geworden ist Ruhig geworden ist Weise geworden Sehr weise Also Weise her geworden ist Durch seine ganzen erlebten Sachen Und Aber Vielleicht ein bisschen zu misstrauisch Jedem Menschen gegenüber Oder jedem Wesen Gegenüber Er gesagt Wirklich Er sieht in jedem Wesen Äh Ein Feind Aber Er hat damit auch oft Einfach recht Er sagt immer Weil Atreus Ist immer Äh Sehr Ja sehr bedacht Er Also Also Sehr bedacht in dem Sinne von Ja ne bedacht ist das falsche Wort Sehr sehr Neugierig Aber nicht 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 Voreil Doch voreil Auch oft Aber Ja er sieht halt das Gute in den Menschen Und Grathos will ihm halt zeigen Ähm Nicht das Gegenteil Aber er will ihm halt zeigen Dass er trotzdem Vorsichtig sein soll Und Ja das Schürt einfach Konfliktpotenzial Zwischen den beiden selbst auch Die haben oft mal Ein Ähm Und ja Dann jetzt in Ragnarök Äh Der Anfang von Ragnarök Ist einfach schon perfekt Also dieser Anfang Diese ersten 20 Minuten Oder vor Die erste halbe Stunde Ja die erste ganze Stunde Würde ich schon sagen Von God of War Doch die ganze erste Stunde Von God of War Ragnarök Die ist so Phänomenal Geil inszeniert Mit Äh Also Boah Wenn du das mit Headset spielst Und Dunkel ist draußen Zimmer dunkel ist Mega Ich muss jetzt mal ganz kurz Nach der Pizza schauen gehen Äh Wäre nett wenn du Äh Bisschen Bisschen Erzählen würdest Was du so von God of War Kennst Direkt auch jetzt nicht Nur auf die zwei Teile Bezogen Sondern auch aufs allgemeine God of War Franchise Äh Mit Griechenland Und allem Bitteschön Ich muss mal gucken Wo mein Mikro ist Irgendwie Da muss ich heimkusten Egal Äh Was auch immer Äh Ja ja Hol deine Pizza Hol deine leckere Pizza Ähm Sch Ja das Blöde ist halt Nun ich hab schon alles erzählt Was ich immer genau vor weiß Was ich aber noch nicht alles erzählt hab Ist Was ich so alles über Ronny weiß Ne Das wär doch mal interessant Würde ich jetzt mal so Annehmen Ja Das war grad knapp mit dem Ne Ich hab ja Ich hab ja aber eigentlich nichts gesagt Also Ronny falls du das jetzt auch noch zurückhörst Ich Ich war artig Ich bin Ich bin ein guter Junge Ich hab nie Niemes Böses gemacht Nur Böses angedeutet Obwohl das natürlich auch so eine Frage ist Wo wir jetzt bei God of War sind Und sowas Ähm Und Ab genau Ähm Ob das Eigentlich ist Kann man auch schon durch den Gedanken An was Böses Ist ja eigentlich schon Sünde Sozusagen Wenn wir jetzt bei Gott sind Und sowas Ich weiß nicht wie ich diese Diese Überleitung schaffe hier Hinterfragt es einfach nicht Hinterfragt es einfach nicht Ich kann ein bisschen was über die griechische Mythologie erzählen Weil da kenne ich mich aus Da ist es nämlich Wir haben glaube ich vorhin gesagt Ich hoffe das war noch im Podcast Weil ansonsten Kommt das jetzt blöd drüber Aber Ähm Das Herkules so ein bisschen Ja So So ein bisschen Kratos ist Ähm Was halt sofern stimmt Dass beide Halbgötter sind Aber Was mit denen Passiert Ja ich glaube Kratos ist ja auch Sogar noch Äh auch Ein Sohn Von Zeus Und insofern haben die halt wirklich Ähnlichkeiten Aber Herkules Herkules Beziehungsweise Herakles Ist es ja eigentlich akkurat In der griechischen Mythologie Herkules ist nur in der römischen Mythologie Aber die Römer haben ja eh alles von den Griechen kopiert Hauptsächlich Oder größtenteils Was die Mythologie angeht Also eigentlich Herakles Wird nicht dreimal von Zeus Äh dreimal oder so Umgebracht Und bis in In den Tartarus Ähm runter Ge Weiß ich was Geprügelt Ähm Das ist ein bisschen anders Der muss ja verschiedene Heldentaten Vollziehen Hm Bei Bei Wie war nochmal Kratos genau Kratos ist es ja Wie gesagt Bisschen anders Der ist ja Auf so einer Rache Mission Und bringt wirklich So ziemlich jeden Gott um Das Es wäre natürlich nicht sehr akkurat Aus der Mythologischen Sicht Da Wären ja eigentlich so ziemlich Alle Mythen zerstört Die Aufgebaut Wurden Wenn Einfach sagt Jo Da gibt es einen Gott Der alle Killen kann Und Zeus Hatte glaube ich Einmal eine Niederlage In der Mythologie Da weiß ich aber jetzt auch nicht mehr Ganz genau Wie es war Aber Ansonsten war Zeus eigentlich So gut wie unbesiegt War Zeus Sohn Von Kronos Kronos war ein Titan Die Titanen Stammen wiederum Von Gaia ab Und Die Titanen Waren sozusagen Die alten Götter Die großen Götter Und die wurden dann aber Von den Göttern Von Olymp Also hauptsächlich Die Kinder von Kronos Wurden die verdrängt Weil Das war nämlich Ist auch eine sehr interessante Geschichte Weil Kronos hat dann Eine Vision gehabt Dass seine Kinder Ihn eines Tages Vom Thron Stürzen werden Und umbringen werden Und deswegen Hat er seine eigene Kinder gegessen Dann gibt es auch Ein sehr sehr bekanntes Bild wo Das visualisiert wurde Wie Kronos Seine eigenen Kinder Aufrisst Und Der Bild ist auch Sehr interessant Dass er So richtig Leid in den Augen hat Und man merkt Dass er das eigentlich Nur aus Angst tut Und es ihm auch weh tut Seine eigenen Kinder Aufzufressen Und Zeus ist der Einzige Der entkommt Und dann seine ganzen Geschwister Dort rettet Sozusagen Und Ja Dann kommen Alle Geschwister Wieder aus dem Bauch Von Von Wie war sein Name Jetzt habe ich es wieder vergessen Was ich gerade gesagt habe Von Kronos Genau Kommen wieder raus Und rächen sich dann An Kronos Und dann wurde er doch besiegt Und da vermutet man nämlich Dass es so ist Dass Kronos Eigentlich eine alte Gottheit war Die Also Von anderen Leuten Verehrt wurde Die damals Im Gebiet von Griechenland Lebten Bis dann die heutigen Griechen kamen Oder die damaligen Griechen kamen Und sich verdrängt haben Von dort Und ihre eigene Mythen Von den Olympischen Göttern Erzählt haben Und das Stellt so ein bisschen dar Wie die Neuen Götter Die alten verdrängt haben Wie die Neuen Die neue Bevölkerung Die alte Bevölkerung Verdrängt haben So nun Da wir jetzt So eine schöne Geschichtsstunde Über die griechischen Sagen hatten Weil ich nichts mehr Zu Zu Konnte Können wir jetzt Weitermachen Weil Ronny ist wieder da Mit seiner Pizza Ich bin da mit der Pizza Und ich will die Ziemlich schnell essen Aber ich kann sie Platztechnisch nicht essen Weil ihr wisst Ich würde sie sonst essen Weil im Podcast Esse ich ja Normalerweise Wissen ja alle Äh Die im Podcast Äh Etwas länger hören Äh Genau Deshalb will ich Relativ schnell Auch zum Ende kommen Für die Folge Allgemein Aber natürlich Habe ich noch Ganz kleines Zu God of War Zu sagen Dieses Spiel Ist das perfekte Spiel Für jeden Menschen Der Ähm Eine geile Brutale Emotionale Arschgeil Männliche Äh Geschichte Erleben möchte Äh Aber trotzdem Er doch eher Gar nicht so männlich Eigentlich Weil sie Sehr emotional ist Auch diese Geschichte Ähm Mit richtig geilen Charakteren Richtig filmisch Ähm Unfassbar gute Grafik Geiles 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 Gameplay Also ich habe Lange nicht mehr Also Wenn überhaupt Dass ich mal ein Spiel hatte Ja vielleicht Ghost of Tsushima Wo mir das Gameplay So viel Spaß gemacht hat Wie in diesem Spiel Also wo ich wirklich gesagt habe Boah Das ist Das ist richtig 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 Abwechslungsreich Und von Fähigkeiten Die du einsetzen kannst Richtig Richtig Krass Auch vom Feedback Was du im Controller Dann spürst Da es ein Playstation Exklusiv Titel ist Ähm Ist das einfach Eine Wucht Dieses Spiel Wortwörtlich Eine Wucht Ähm Ja Das Spiel ist einfach Es ist Es ist Mein Spiel des Jahres Kann ich jetzt schon sagen So Äh Ja Da muss man abstimmen Bei Game Awards Ich hab schon Abgestimmt Hab ich schon Ach hast schon Hast schon Okay gut Alles für God of War gesetzt Ich hab alles für Elden Ring gesetzt Wo man konnte Ne eine Sache hab ich nicht für Elden Ring gesetzt Weil es da keine Äh Nicht für God of War gesetzt Weil es da Äh Nur Elden Ring gab dann Das war irgendwie Rollenspiel Bestes Rollenspiel Ja genau Da hatte ich Elden Ring genommen Genau Ja Ja Aber sonst hab ich auch überall God of War gesetzt Also Schon vom Soundtrack her Kann Elden Ring da nicht mithalten Also Müssen Naja God of War hat Einen der bekanntesten Komponisten Die das gemacht haben So Den man so kennt So Bear McQuarrie The Walking Dead Äh Der hat ja auch Rings of Power Leider gemacht Aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht In seine Musik Graphie Nennt man das so Kann sein Ähm Dann Outlander Outlander auch Okay Outlander hat gute Musik Naja Wenn ich an das so denke Äh Vor allem The Walking Dead Fällt er mir jetzt ein Und God of War Also da kann Elden Ring Elden Ring hat ein paar coole Titel Aber Elden Ring ist halt trotzdem von der Musik her Sehr klassisch Souls Spiel Naja ist ja von Von Yuka Kitamura Die hat so Für die neueren Soulspiele Überall die Musik gemacht Genau Das hört man Find ich auch einfach Äh Und Wenn du einfach Das hier hörst Bei God of War Pass auf Ich versuche es jetzt mal nachzumachen Okay Nur halt noch tiefer und coolere Stimme Ähm Kommt hier pure Gänsehaut hoch Bei God of War God of War ist ja ziemlich Wirklich so tief So So richtig So Männerstimmen Die so richtig tief sind Ja Genau Äh Ja also ich finde Da kannst du für nichts anderes stimmen Aber ja Du hast wahrscheinlich Ich habe überall Ich habe überall Elden Ring genommen Wo Elden Ring ging Ja Ich habe überall God of War genommen Wo God of War ging Äh Weil ja God of War ist 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 doch Also Elden Ring Ich habe ja auch sehr gerne Dieses Spiel gespielt Aber Ja God of War ist dann schon Nochmal was Finde ich nochmal Eine andere Stufe Also ein Spiel was mir persönlich Dann Also wenn ich jetzt Zwischen diesen zwei Spielen Entscheiden müsste Würde es God of War Werden Also wenn ich jetzt Entscheiden müsste Du kannst nur noch God of War Oder Elden Ring spielen Würde ich God of War nehmen Ganz klar Okay Wollen wir Wollen wir so eine Wette abschließen Ja Von wegen Game of the Year Und Ich glaube das gewinnt Elden Ring Also da Da bin ich mir schon Relativ sicher Dass das Elden Ring gewinnt Weil Elden Ring Ähm Einfach Diesen krassen Hype hatte Den God of War Jetzt nicht hat Aber God of War Ist halt qualitativ Schon in einem besseren Zustand Als Elden Ring Das muss ich sagen Gar nicht Ich wollte gerade So eine Wette vorschlagen Äh Der der gewinnt Kriegt Äh Eine kostenlose Also eine Blu-ray Geschenkt vom Anderen Ja Ne Also Ich 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 glaube Ich glaube wirklich Elden Ring gewinnt Deswegen brauche ich nicht wetten Weil Okay Dann Dann warte mal Ja okay Gehen wir von mir Okay Aber es ist Die wurden ja beide so ungefähr In genauso vielen Sachen nominiert Wollen wir dann so machen Was öfters gewinnt Weil es ist Weil es ist ja oft so Dass die beide zusammen nominiert sind Weil Bestes Design Beste Musik Bester Director Und sowas Ja okay Aber das machen wir Das machen wir In der nächsten Folge Weil meine Pizza wird kalt Okay Aber die Game Awards Bis 40 wieder mal runter zu reden Ja Hat Spaß gemacht Hat definitiv Wieder Wieder drin Im Podcast Game Äh Ich hatte Benjamin vor der Aufnahme gesagt Ich habe zwei Zitate Aber ich kann mich nicht entscheiden Ähm Eins von God of War Und eins nicht Und das eins nicht Habt ihr jetzt gehört Deswegen kommt jetzt das God of War Äh Zitat Äh Genau Also Benjamin Hast du noch Hast du noch was zu sagen Ja Leute Habt Freut euch über die Zeit Die ihr habt Ähm Genießt es Und Werdet glücklich Wow Weil das schnulzig Äh Äh Da bringe ich gleich mal wieder Ein bisschen Männlichkeit rein Ähm Ähm Langhaar Ja Read it boy I 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 Untertitelung des ZDF, 2020